Die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt. Das, was da zu Hause geschieht, ist das Herzstück für unsere Gesellschaft. Darin liegt die nächste Generation, alles, was wir erleben. Und wow, das ist ein Riesenthema. Alles, was ich für mich tue, kommt automatisch bei meinen Kindern an. Selbst die kleinen Babys laden permanent alles von Mama runter. Wie denkt Mama, wie fühlt Mama? Und wenn ich sicher bin und in mir Ruhe, dann kann ich das meinem Kind weitergeben. Von daher ist so eine Ausbildung Gold wert, gerade im Mama-Sein. Alle Infos und Anmeldungen findest du unter www.dermamakongress.com